Ja, wie ist denn so Ihr Eindruck, wenn Sie in Moskau sind? Ich sage, ich war noch nie in Moskau. Ja, dann eben, wenn Sie in Russland sind. Ich sage, ich war noch nie in Russland. Ja, aber Sie sind doch in Russland geboren, gell? Ich sage, nein, Kasachstan. Ach so, dann sind Sie ja Kasache, gell? Ich sage, nein. Nein, von Geburt an Deutsch. Ja, und wie besuchen Sie Ihre Verwandten? Ich sage, welche? Sind alle hier. Ja, aber Ihre Großeltern sind doch aus Russland. Ich sage, nein, Kyrgyzstan. Ja, aber Ihr Onkel, Usbekistan. Alle sind hier. Ja, aber was ist mit Ihrer Schwiegermutter? Ich sage, ich besuche doch nicht meine Schwiegermutter.